Willkommen zum Short Review Review. Das Yps-Heft ist aus den 80ern nicht wegzudenken und hat uns das Wort Gimmick beigebracht. Während heute eigentlich jedes Jugendmagazin Beilagen hat, war damals Yps fast das einzige. Seine Gimmicks prägten mich und machten die Urzeitkrebse legendär. Legendär sind auch einige Ausgaben wie Nummer 510 mit einer original Star Wars Figur als Gimmick. Es erschien am 30.07.1985, einem Dienstag übrigens. Ich hatte das Glück, mir dieses Yps damals zu kaufen, weshalb es auch leicht zerlesen ist. Schon das Cover ist eindrucksvoll. Der Sturmtruppe des Imperiums. Der Kenner sieht es. Es ist ein Snowtrooper, der im Film Star Wars Das Imperium schlägt zurück auf dem Planeten Hoth zum Einsatz kam. Oben steht Star Wars. Das S ist leider abgerissen. Sensation! Eine wertvolle Figur aus Krieg der Sterne, als Gimmick. Der Trooper ist auf der Zeichnung gut beschrieben. 9,5 Zentimeter hoch, mit Laserwaffe, Schutzumhang und beweglichen Gelenken. Im Heft finden sich Comics von Piff, Jini und Jan, Yps und Co, Gespenster GmbH, Fiffy und Percy Pickwick. Dazu Laserbriefe, Witze und ein Bassbogen mit einer Yps und Co Schießbude. Mich interessieren aber mehr die Seiten zum Gimmick und zu Star Wars. Zunächst der berühmte Gimmick Comic. Yps, Kaspar, Patsch und Willi und der Sturmtrupper. Gimmick 510. Wenn du jetzt in die Redaktion fährst, vergiss bitte den Dings nicht. Patsch meint den Sturmtrupper, lieber Yps. Was wollt ihr von mir? Du sollst uns unbedingt diesen Sternenkrieger mitbringen. Du weißt schon. Ich bin sehr, sehr spät dran. Ist das klar? In spätestens sieben Minuten muss das Manuskript in der Redaktion sein und der verflixte Motor springt nicht an. Er kommt und kommt nicht. Ich werde wahnsinnig. Wenn du uns die Star Wars Figur mitbringst, machen wir deine Rosslaube umgehend flott. Einverstanden. Na, worauf wartet ihr noch? Jetzt kannst du die Kartoffel aus dem Auspuff ziehen. Glaubt ihr, dass Yps Wort hält und … Ich wollte den Jungs eine große Freude machen, aber jetzt suchen sie das weiter. Versteht ihr das? Gleich daneben die Welt von Star Wars. Alles kultige Motive. Bilder zu deinem Gimmick. Die fantastische Welt deines Sturmtruppers. Schwer bewaffnete Sturmtruppers als Wachposten in einem Raumschiff. Rechts und auf dem Bild unten Darth Vader, der bitterböse Kommandant der Truppen des Imperiums. Das Weltall. Gigantische Raumschiffe. Fremde und seltsame Bewohner unbekannter Planeten. Das ist die fantastische Welt deines Sturmtruppers. Mit dieser Figur kannst du die festenden Abenteuer der Filmseries Krieg der Sterne miterleben. Ein Raumkreuzheimangriff. Seine Waffe sind Laserstrahlen. Aufwändige Tricktechnik liefert eine perfekte Illusion. Der gigantische Raumstützpunkt des Imperiums. Wer aber die Texte geschrieben hat, scheint nicht viel von Star Wars zu verstehen. Alles so allgemein beschrieben und eher nach den Bildern orientiert. Auf der Rückseite wird das Gimmick genauer beschrieben. Besser kann man es nicht erklären. Das alles gibt's in diesem Ips. Der Sturmtrupper und seine Ausrüstung. Du kennst ihn aus. Krieg der Sterne. Mit ihm erlebst du Abenteuer wie im Film. Bewegliche Armgelenke. Die Hände packen die Laserwaffe. Abnehmbarer Schutzumhang. Die Laserwaffe. Stiefel mit sicherer Standfläche. Bewegliche Beingelenke. Das Gimmick, der Sturmtrupper des Imperiums, also der Snowtropper, ist eine echte Kenner-Parker-Star-Wars-Actionfigur, die lose mit Waffe und Schutzumhang, der der Figur bereits angesteckt war, in der Elbstüte lag. Gibt es Unterschiede von diesem Snowtropper mit dem, der im regulären Handel erschienen ist? Ja und nein. Es heißt, die Figur sei etwas detailreicher gestaltet. Dazu soll das verwendete Plastik qualitativer sein. Am Umhang sind Löcher und keine Schlitze. Das Firmenlogo mit Copyright am Bein wurde weggefräst. Aber ist dem wirklich so? Diese Logoentfernung kann eine Bedingung des Gimmick-Lizenznehmers Kenner Parker gewesen sein. Wenn ich zurückblicke, auch aus eigenen Erinnerungen, war damals um 1985 Star Wars leider kein Thema mehr in den Spielzeugläden. Es gab keine neuen Filme, mit denen damals die Toys verkauft werden konnten. Es war normal, deshalb Toy-Serien einzustellen und bei Star Wars war es so. Die Restbestände wurden zu Mini-Preisen rausgeworfen. Ich erinnere mich, dass Figuren für 50 Pfennig, heute 25 Cent, zu kaufen waren. Aus heutiger Sicht kaum zu glauben. Der Yps-Verlag Gruner und Jahr AG & Co., der auch die Gimmicks einkaufte, hatte wahrscheinlich einen Restbestand aufgekauft. Unwahrscheinlich ist, dass die Figur extra fürs Yps produziert wurde. Dies wäre zu teuer. Weshalb könnte es Unterschiede in Details und Qualität geben? Dies kann an der Produktionsstätte liegen. Denn wie auch bei anderen Toy-Serien wie Transformers hat Kenner Parker Star Wars-Figuren in China, Hongkong, Taiwan, Brasilien, USA und weiteren Orten produziert, um eben den Weltmarkt zu bedienen. Nur mit einer Produktionsstätte ist dies nicht möglich. Um genau zu sagen, wo der Yps-Sturmtrupper hergestellt wurde, vermutet wird Hongkong, müsste man einen weltweiten Vergleich machen. Deshalb kann man nie genau sagen, dass dies der Yps-Sturmtrupper wirklich ist, wenn er nicht zusammen mit dem Heft in der verschweißten Tüte kommt. Wer diese noch im Originalzustand hat, der hat echt ein wertvolles Sammlerstück. Und doch gibt es einen spannenden Unterschied. Einem Teil der Hefte wurde dem Yps-Sturmtrupper eine falsche Waffe beigelegt. Anstatt seinem blauen Lasergewehr lag ein schwarzes Maschinengewehr bei. Es wird behauptet, dies soll eine G.I. Joe- bzw. Action Force-Waffe sein. Aber unwahrscheinlich. Denn G.I. Joe und Action Force wurden von Hasbro vertrieben, die Star Wars Toys von Kenner Parker. Um 1985 waren diese amerikanischen Konzerne harte Konkurrenten und würden nichts im gleichen Werk produzieren. Hasbro hat übrigens Kenner Parker samt Star-Wars-Lizenz inzwischen aufgekauft. Der Yps-Sturmtrupper und das Heft, beides Stücke meiner Kindheit und echte Sammlerstücke. Danke fürs Zuschauen, freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald und möge die Macht mit euch sein.